hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play fallout new vegas wir haben jetzt wieder die nächsten teile unserer erkundungstour abgeschlossen und ich glaube wir gehen uns langsam echt auf die zielgerade hier in den eldorado trockensee von der tankstelle eldorado über diesen trockensee zum interstate point 188 ist nämlich mein ziel zumindest um dann am ende beim interstate am großen ziel unsere sache zu verkaufen das auch wieder ich habe so viel verpasst hier bei diesem gebäude bei den punkt warum bin ich nicht zu diesem see gegangen aber ich könnte eigentlich wieder love and hate nutzen ich sehe die ganzen armeisen das ist ja perfekt früher habe ich hier mal gerne scharf schützen geübt schützen schießen scharf schießen schützen so hallo el dorado trockensee sehr nice sehr nice sehr nice kann man sehr viel punkte machen so punkte die halt so extrem einfach sind das ist an dem gelände dran bin ich einfach so kraftwerk gegangen und dann johann ist nur reich nur nicht mehr weitergehen nicht mehr entdecken voll und ist keine entdeckungsspiel ich bin grad selbst verwirrt über mich über mich aber mich ich glaube nicht über mir über mir klingt dass sie mich bescheuert so ist hier was cooltunnel kein zugang er ist ja nice da ist gleich noch die volt 11 war ich da jemals drin in dieser volt kann ich nicht sagen kann ich nicht sagen gehen wir da einfach mal rein es sind ziemlich viele walls ne habe ich das gefühl ich kann es jetzt nur so gefühlswäßig beurteilen er wollt wollt wir den lang ich glaube das wird sonst nichts weiter in dieser folge sie ist zwar ziemlich am anfang der folge aber finden sie volt 11 level 35 das ist gut und finden wir den zweck dieser volt heraus das war synchron okay diese volt ist ziemlich beschädigt war wieder ist ja ein jahre euro jahr jahre auIt four stone irgendwie irgendwas terminal sicherheitsaufzeichnung volt eingang enjoyloQ abgeschlossen das s 어느 days ja hätten das direkt脸en können nicht hier der Frage. Vault 11. Vier Leichen beim Vorderhauingang von Vault 11. Und eine seltsame Auszeichnung deuten da auf düstere Hinweise hin. Finden Sie heraus, was mit Vault 11 und den Burgern von Vault 11 geschehen ist. Wir taten, was von uns erwartet wurde. Bei weitem nicht. Jeder hätte getan, was wir taten. Meiner Meinung nach ist das genau das Problem. Und jetzt weiter. Ich gehe zuerst. Nicht so schnell. Die Leute sollen wissen, was passiert ist. Das ist bestimmt sehr lehrreich. Wenn da draußen überhaupt jemand ist, hoffe ich, dass sie das nie rausfinden müssen. Bereit, Harry? Ja? Halt! 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 Moment. Okay. Das waren wohl entweder ist, also würde ich jetzt meine Urteile wären I hate Kate. Okay. Ähm. Würde ich sagen, das ist eine Wort, die nur aus fünf Leuten bestand. Oder eine Vault, ähm, die geöffnet wurde. Und ja. Wahlführer Vault 11. Sehr geehrter Vault-Bewohner, herzlichen Glückwunsch. Ihr Engagement für den demokratischen Prozess ist der Fels, auf dem die dauerhafte Stabilität von Vault 11 gebaut ist. Um Ihnen die Entscheidung bei diesjährigen Wahl etwas zu erleichtern, haben die Vereinigten Wahlblöcke von Vault 11 diese praktische Lektüre von motivierter Ansässigen zur Aufseherwahl. Kurz LMAA zusammengestellt, die eine Liste der führenden Kandidaten für das Aufseheramt sowie deren Stellungsnamen, Schlüsselpositionen und Befürworter enthält. Mit freundlichen Grüßen so und so. Kandidat Henry Glover Befürworter Block der Utilitaristen Block des göttlichen Willens Block der vereinten Dienstleister Ich bin ein liebender Ehemann und Vater von sechs wunderhübschen Kindern. Sam Mein Ältester hat es dieses Quartal auf die Ehrenliste geschafft und ich bin unglaublich stolz auf ihn. Mein Jüngster Henry Junior hat gerade sein erstes Wort gesprochen und es war Papa. Es existiert jetzt ein starkes Bann zwischen uns. Dabei ist das äh er doch noch ein Baby. Freunde Wenn Sie diesmal zur Wahlurne schreiten, dann denken Sie bitte an Ihre eigenen Kinder und dann möchte ich, dass Sie an Sam und Henry Junior denken. Stellen Sie sich Ihre Gesichter vor. Nate Stone wollte Aufseher werden. Nicht ich. Donnie Halley Befürworter Block der Menschenwürde Block der Vereinigten World Techniker Ich kenne die Gerüchte, die über mich kursieren. Sie sind nichts als bösartige Lügen, die meine Mitkandidatin in einer verzweifelten Spielenkampagne in Auflauf gebracht hat. Ich möchte, dass Sie alle das wissen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas so Übels getan und erst recht nicht gleich viermal. Aber selbst wenn ich es getan hätte, würde das immer noch nicht bedeuten, dass Sie mich wählen sollten. Bitte beachten Sie bitte, dass ich völlig unqualifiziert bin für das Amt. Unterqualifiziert bin für das Amt und dass meine beiden Gegner es viel eher verdienen. Ich möchte keinerlei ich verdiene in Leyen Führungsqualitäten. Sie könnten meine ungeeignete Kandidate finden als ich. Ich versichere Ihnen. Meine Amtszeit wäre ein absolutes Fiasko. Kandidatin Nathan Stone Block der Gerechtigkeit. Das ist doch lächerlich. Ich gehöre gar nicht auf die Kandidatenliste. Ich bin auch nur wegen der ganzen schmutzigen Hinterzimmerpolitik hier drauf gelandet. Ekelhaft. Sie sollten sich alle schämen. Joa, Verschiebungsmitteilung. Mitbürgerinnen und Bürger. Aufgrund der tagischen Ereignisse in den letzten Tagen wird die Aufseherwahl auf einstimmigen Beschluss der Koalition der Wahlblöcke von Wort L verschoben, bis die Ermittlungen in den Mordfällen abgeschlossen sind. Ihr Sicherheitsteam lässt Sie wissen, dass es unermüdlich Tag und Nacht nach dem Täter fahndet und bereits einige heiße Spuren verfolgt. So Gott will und der Täter rasch gefasst werden kann, haben wir möglicherweise einen vielversprechenden neuen Kandidaten für die Wahl des Aufsehers. Das ist natürlich auch ein Projekt. Jemand, der komplett unqualifiziert ist und zufällig diese Rolle des Aufsehers erlangt anstatt jemand, der sich halt dafür qualifiziert. Kann natürlich kein Projekt sein, was funktioniert, weil so ein Aufseher hat ja schon... Okay, man sieht auf jeden Fall hier ist... eine Menge Wahlkampf. Ja, weiß ich, das hier alles ist, also... Roadstone for Overseer. Hayley is a known adult for a communist and sympathizer. Lacked Hayley for Overseer. Joa, ne? Oh, hi. So, was haben wir denn da? Einen Ersterhilfe-Kasten. Relax. Ein verbranntes Buch. Ich dachte schon, das wäre ein richtiges Buch, wo ich irgendwas Interessantes lesen könnte. Hm. Hm, das ist wohl doch nix, ne? Oh, das haben wir hier. Eine Riesen-Beckel. Aha. Ein paar Klos. Nix Besonderes. Eine Rasse. Okay. So, perfekt. Äh... Und weiter. Schön, öffnen wir diese Tür und gucken, Alter, was ist denn hier los? Übertreibt es doch mal mit dem Wahlkampf. Also, ich dachte ja immer, dass wir in Deutschland fielen, ne? Wahlkampf ETC. Aber hier ist es gerade echt übertrieben. Was haben wir denn? Toll. Da ist ja der Hammer. So, haben wir denn da... Okay, das ist dasselbe Terminal. Und weiter geht's. In die Wohnquartiere. Ja, gucken wir mal, was da so ist. Hm. Ich find's zwar persönlich immer interessanter, wenn, ähm... Was war denn das? Rote Leuchte gerade. Wenn Walls immer mit nem... Mit ner Quest versehen wären. Trennen. Aber es ist... Ja, wahrscheinlich auch zu viel verlangt. So, äh... Spinnt. Mail, Dorm. Da geht's wieder nach unten. Admin. Was? Admin? Ne, sind wir eher in nem Chat oder so? So, hier... Security. Machen wir erstmal das Terminal. Es wird wahrscheinlich das eine für das andere sein. 1, 2, 3, 4. Okay. Das, äh... Ist nicht so schwer gewesen. Fünf Begriffe. Ich hab vier Chancen. Äh, ja. Hallo. Eine Mini-Atombombe. Äh, okay. Gibt's denn? Bisschen Munition. Nichts Besonderes. Hm. Sensor-Module. Sicherheitsterminal. Amtsenthebung. Auszug aus der Befragung unter Eid. Der beklagten Catherine Stone durch Jared Myles. Rechtsanwalt der Vault. Die, ich, F und A, was? Okay. Machen wir mal weiter, wo wir aufgehört hatten, Kate. Catherine. Ach, richtig. Verzeihung, Catherine. Vergesse ich immer wieder. Kate nennt mich nur mein Ehemann. Sie erzählen uns von einem Streit, den sie angeblich mit Roy Gottlieb vom Block der Gerechtigkeit hatten. Nicht angeblich. Tatsächlich. Das hatten wir doch schon. Es steht immer noch ihr Wort gegenseit, Mrs. Stone. Aber bitte zum Streit. Er sagte, bei ihren Meetings sei der Name eines Mannes gefallen. Bei den Meetings, auf denen, äh, beraten wurde, welchen Kandidaten man befürworten wollte. Ja. Sie wollten ihn befürworten. Warum wollte er nicht sagen, aber ich weiß, dass, äh, mein Mann sich regelmäßig mit einigen von ihnen zum Poker traf. Und in letzter Zeit hatte er eine Glücksträhne gehabt. Aber was soll Mr. Gottlieb ihnen ihre Aussage zufolge angeboten haben? Er sagte, er könne seinen Block umbestimmen, die Unterstützung verhindern. Aber nur falls sich... Nur falls sie was, Catherine? Nur falls sich... Nur falls sie zu sexuellen Handlungen bereit wären? Ja. Ging es da nur um Mr. Gottlieb? Nein. Um die ganze Führungsriege des Blocks. Ihre Freunde. Und sie erklärten sich einverstanden. Was hätte ich denn tun sollen? Sie hatten die Mehrheit. Wie lange ging das so, bevor die... Befürworten... Befürwortungen bekannt gegeben wurden? Ich weiß nicht mehr. Einen Monat vielleicht. Und als sie bekannt wurden und man ihren Mann trotz ihrer angeblichen Abmachung befürwortete, da beschlossen sie, Mitglieder des Blocks zu töten? Ja. Ich dachte, die Mehrheit war ziemlich knapp. Ich, äh, wenn ich sie etwas dezimierte, besonders in der Spitze, da würde vielleicht jemand anderes gewählt. Falls sie nicht geschnappt würden. Nein, Mr. Miles. Ich erwartete, erwischt zu werden. Das war meine große Chance. Jetzt werden sie mich wählen. Eine geständige Mörderin? Sie glauben, die Wähler würden es riskieren, ihnen einen verantwortungsvollen Posten zu geben? Sie müssen jemanden wählen und mit ihren Gründen dafür leben. Ja, aber warten sie es ab. Vault Führer 11. Sehr geehrter Vault-Mitbewohner, herzlichen Glückwunsch. Ihr Engagement für den demokratischen Prozess ist der Fels, auf dem die dauerhafte Stabilität von Vault 11 gebaut wurde. Um ihnen die... Das hatten wir doch schon mal. Verschiebungsmitteilung. Achso, das hatten wir auch. Aufseherbefehl hatten wir auch. So, okay. Naja. Dieser schöne Wahlkampf. Bald übrigens, ne? Äh, Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Na, und was haben wir denn hier in den Unter geschossen? Ich hab duscht. Na, wunderbar. Ob wir diese Kate und so mal alle noch sehen. Oh, das ist ein... Mess. Auf jeden Fall. Richtig nice. Er fordert den Schlüssel. Das ist ja der Wahnsinn. Könnte das der richtige Weg sein? Ja. Da sind noch Gegner. Die noch leben. Äh, nicht... Noch leben. Na klar, ist das richtig. So, was haben wir denn hier? Ein paar Granaten. Nichts weiter Schlimmes. Hier sind nochmal zwei Leute gestorben. Aber auch nicht heute Dramatisches. Oh. Ei, 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 ei. Also. Oh, erste. Ey. Nein. Äh. So, H-Klammer. Leere Spritze, wait away und nicht ruhiger Handel. Brauche ich nicht so'n Quatsch. So. Schön, dass die Dinger auch alle unter Wasser funktionieren. Gefällt mir immer sehr. Äh. So, und weiter. Ah, es ist halt nur Strahlung. Wir haben ja noch genügend Widerways dabei. So, was haben wir? Der ist wohl an der Falle gestorben. Was ist denn das, dass sie sich alle fallenstellen? Und ich kann mir richtig vorstellen, dass die ganzen unschuldigen Leute dadurch gestorben sind. So. Was haben wir denn hier? Aha, noch mehr Rappen. So, Lunchboxen. Eine weitere Rappen. Uh. Hallo. Ey. Na. Holla, die Waldfee. So, ein weiteres. Sanse, Zars, Brille. Was bin ich auch sehr erstaunt, dass die, äh, Qualität meiner Darkkampfhaufen so langsam runtergeht. Na toll. So, Mikro F. Äh, oh Gott. Ne, das lohnt sich nicht. Okay, was haben wir hier? Generatorum, der halb unter Wasser steht, das ist vielleicht nicht so schlimm. Okay, da geht's ganz raus. Was ist hier? Aha. Okay. Okay, interessant, was hier so ist. Da geht's auch raus. Okay, dann wüsste ich gerne, ob das der Raum ist, wo ich denke. Das ist wahrscheinlich nur der Verbindungsflur, der... Äh, zu dem anderen, wunderbar. Ich hab's ehrlich geschafft. Aber das war der Raum. Also keine Sorge. Dir ist nicht weiter wichtig. So. Jetzt ins Art. Art. So viel. Ach, gucke mal. Ah, es ist ein wichtiger Raum, weil hier die ganzen... Hayley, Stone, Kate... Na, wenn das nicht mal viel Demokratie ist... Das ist die New Sheriff. So. Ich stelle mir das richtig zuvor, wie die sich immer so eiskalte... Äh, Duelle geliefert haben im Wahlkampf. Was haben wir hier? Innenhofterminal, da. Vorbereitete Rede von Gas Olsen. Vorbereitete Rede von... Ombudsman Gas Olsen zur alljährlichen Wahl des Aufsehers. Ich grüße Sie. Zu den Aufgaben des Ombudsmans gehört es nicht nur durch die alljährlichen Wahlveranstaltungen zu führen, sondern auch durch sie zu dokumentieren. In der Hoffnung, dass sie eines Tages, nachdem der letzte Aufseher seine Amtszeit beendet hat und in der Kammer unter seinem Büro in den Tod gegangen ist und es still geworden ist in the world. Dass eines Fernestages, also ein Archäologe, sei es nun ein Mensch oder ein Angehöriger einer noch unbekannten Ethnie, höherer Wesen, unsere Aufzeichnung finde und sie in den Kanon der Geschichte einbinden. Doch in letzter Zeit kam mir der Gedanke, dass das eigentlich gar nicht der Grund ist. Ich denke, der wahre Grund dafür ist, wir möchten gerne glauben, dass es irgendwo in der World eine Antwort gibt auf all das hier. Oder dass es vielleicht eine geben wird, wenn die historischen Aufzeichnungen komplett sind und das Gesamtbild vorliegt. Wir wollen, dass es einen Sinn hat. Wir wollen verstehen, warum der Zentralrechner der World uns tötet, wenn wir ihm nicht jedes Jahr einen der unseren opfern. Wir wollen voll und ganz begreifen, weshalb wir immer noch diese Wahl abhalten. Obwohl seit Jahrzehnten klar ist, dass sie nur durch Korruption einscheiden wird. Es gab einmal eine nechtere Zeit, als Wahlen bedeuteten, dass man Hände schüttelte und Babys küsste. Aber heutzutage mit dem Aufkommen der Wahlblöcke und all den Bestechungsskandalen, mit dem Drogenhandel, Schmuggel und Gott weiß was noch, da wollen wir wissen, wozu das Ganze. Also, ich bin mal die Archive durchgegangen und ich sage Ihnen, dort werden Sie die Antwort nicht finden. Sie finden einen Bericht des ersten Aufsehers, der sich als einziger in vollem Wisse um die Opfer, die gebracht werden musste, in die World begab. Aber auch er hatte keine Antworten beraten. Sonst hätte er gewiss die Wut der Bürger vorausgesehen, als er es ihnen beteilte. Sicher hätte er sich denken können, dass sie eine demokratische Wahl des Übers wünschen würden. Weil wir Bürger es nun einmal gewohnt sind, unsere Hände auf diese Art und Weise in Unschuld zu waschen. Dass sein Name ganz oben auf der Liste stehen würde und dass die beiden Posten des Aufsehers und des Märtyrers in der World 11 auf ewig eins sein würden. Aber er hatte keine Ahnung. Er kannte die Antwort genauso wenig wie wir. Als die Bürgerschaft entdeckte, was so steht es in den Aufzeichnungen, dass das Kennwort der Tür zur Opferkammer Betty lautete, der Vorname seiner Frau, und dass die Tür unversiegelt war, sodass er als erstes Opfer dahergebracht werden konnte, da habe er beim Hineingehen geweint wie ein Kind. Ich kann nur staunen, warum es keine Antworten gibt und warum wir einfach weitermachen, weil wir keine andere Wahl sehen. Und dennoch halte ich fest an der Hoffnung, dass wir eine andere Möglichkeit finden. Ich bitte Sie alle dringend, den Weg zu gehen, den ich gegangen bin, sich an die gar nicht allzu ferne Zeit zu erinnern, als Höflichkeit und Würde noch unseres Handelns prägnet und als wir noch nicht ganz so sehr schämen mussten. Ich danke Ihnen. Und jetzt verstehe ich den Sinn, da wollte ich mich jetzt glaube ich auch ein bisschen. Jedes Jahr wird ein neuer Aufseher gewählt. Gut, das wussten wir ja bisher. Aber dieser Aufseher muss nach seiner... äh, meinen Hunger hat zugenommen. Äh, hat nach seiner einjährigen, ähm... Amtszeit... Äh, muss er halt sterben in dieser Kammer, anscheinend. So. Und da ist es, die Frage. Willst du als einjähriger... Ähm... Vault... Anführer... Macht und so weiter haben? Mit dem Wissen, du wirst nach einem Jahr sterben? Oder willst du es einem anderen... Aufbürden... Sich für dich... zu opfern? So. Ei, 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 ei. Ist so eine Frage. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr handeln würdet. Falls man das überhaupt so... sagen kann. Ich glaube, das ist nämlich nicht möglich. Es ist halt... Ich glaube, wenn ich für mich sagen könnte, dieser Vault... Ich habe in meinem Leben gelebt, klar. Da würde ich sagen... Ich schütze... Alle Vault-Bewohner für ein Jahr. Ich opfere mich. Aber... Die Frage ist, wann ist das? Kommt das überhaupt? Ich bin so ein Mensch, wo ich glaube... Also ich würde glauben... Äh... Dass ich das nicht habe. Dass ich nicht sagen würde, ja... Ich habe genügend gelebt. Äh... Ist jetzt Schluss, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, zumindest. Ich weiß nicht, wie ist es, wenn die älter werden? Ich kann es nicht beurteilen. Oder halt... Ist man so... Oder kann man das? Kann man dann sagen, ja... Ich will, dass ein... Ich will, dass ein anderer stirbt, damit ich leben kann. Ist ja dann eigentlich nichts anderes. Äh... Äh... Verdammt. So gehe ich hier lang. Ich will doch hier nur raus. Aber wie kam ich hier raus? Ja, das Geheimnis der Vault 11 gelüftet. Jetzt verstehe ich auch diesen ganzen Wahlkampf, klar. Das sind nämlich die Leute, die sind wahrscheinlich dann im Laufe der Zeit so... Verrückt geworden. Weil, klar, wenn sowas an die Öffentlichkeit kommt, jedes Jahr... Wird ein, äh... Vault-Aufseher gewählt, der sterben muss. Und dann auch noch... Ja, nicht mehr nach Wahl... Sondern nach Zufall... Ist klar, dass die Leute verrückt werden. Dass die alles tun, dass sie es nicht sind. Äh... So, was haben wir denn hier? Oh, so eine Opferkammer öffnen. Äh... Äh... Das... Das verstehe ich. Oh. Ist das nur eine Leiche hier drüben? Wieso hat das... Ist denn da eine Kaffeetasse an? Ui. Glückwunsch, Märtyrer. Ihre fantastische Reise beginnt gerade erst. Gehen Sie bitte weiter in das Licht. Wir werden sterben am Ende des Gangs, glaube ich. Das Licht beruhigt Sie und sorgt für innere Ruhe. Gehen Sie in das Licht. Ach ja. Nicht zurückblicken. Herzlich willkommen. Setzen Sie sich bitte in den Sessel. Gleich geht es los. Eine Whiskyflasche. Ui, ui, ui. Happy Twails. Herzlich willkommen, Märtyrer. Wenn Sie jetzt hier sind, wurden Sie als Opfer dargeboten, damit es Ihrer Vault weiterhin gut geht. Vielleicht fühlen Sie sich im Moment traurig oder wütend. Eventuell haben Sie keine Enkel oder konnten nie eine frische Zigarre genießen. Aber marschieren Sie, erhobenen Hauptessoldat. Und denken Sie daran, dass jeder von uns eine wichtige Rolle zu erfüllen hat. Die Rolle einiger Leute ist es, Kranke zu heilen. Andere haben möglicherweise einen Rennwagen oder eine Rakete zu steuern. Und einige von uns sind dazu bestimmt, ihr Leben für das Wohl aller zu geben. Natürlich macht das vielleicht nicht so viel Spaß, wie einen Rennwagen zu fahren. Aber dafür ist es nicht weniger wichtig. Nehmen wir uns einen Augenblick Zeit, um die Augenblicke Revue passieren zu lassen, die Ihr Leben lebenswert gemacht haben. Denken Sie zurück an den Moment. Denken Sie zurück an den Moment, in dem Sie Ihre feste Freundin zum ersten Mal geküsst haben. Versteckt unter der Tribüne beim großen Spiel. Oder als Sie nachts ausgebüxt sind, um den neuen Film zu sehen, den Ihre Eltern verboten hatten, weil er zu gruselig war. Junge hatten die Recht. Und wer könnte schon den Moment vergessen, in dem er die Liebe seines Lebens getroffen hat. Was für ein Prachtstück. Das sind nur Beispiele. Spüren Sie dieses aufkeimende Gefühl in Ihrer Brust, wenn Sie an diese Dinge denken? Gut. Das ist das Gefühl von Frieden. Sie haben ein großartiges Leben geführt. Ein Leben, bei dem der Weg das Ziel war. Aber das ist nur der Anfang. Dann schließen Sie jetzt Ihre Augen und stellen Sie sich vor, welche Freuden Sie im nächsten Leben, im Jenseits erwarten. Sehen Sie sie? Gut. Oh. Wow. Ja, wenn das mal nicht ein Leben ist. Alter, das kann man doch wirklich nicht überleben, wenn man keine Waffen hat wie hier. Schei, ei, 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 ei. Wir haben den Tod überlebt, würde ich dann mal behaupten. Aber das geht zumindest schnell, würde ich mal behaupten. Äh. Es sei denn, man verteidigt sich wie wir. Bitte. Für Gottes Willen. Eloi. Oi, 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 oi. wrotelo. Das schöne ist, wir haben ja gleich mehrere Unfassbar Äh, was? So Uiuiui Ja ne, tot überlebt Wir haben den Tod überlebt Glückwunsch, Leute Das, äh, GG Und das hat uns nur Zwei Sunsetzler Was? Okay, wo geht's jetzt hin? Vault-11-Zentralrechner Die Abriegelung aufheben Systemaufzeichnung Lösung Vault-11 Aufsenderunterladen Automatisierte Antwort Lösung Vault-11 Okay Lösung, äh, Stufenaufstieg Lala Okay, ähm Ähm Ich mach übrigens mal Schleichen auf voll Ah, auf, jetzt ich So Damit war da übrigens noch mehr, ne? Verstehst du? Oh Okay Wir haben den Tod überlebt Äh, Vault-11 auf der erste Bett hier, stimmt Okay Ich weiß, du kannst mich hören Also, aufgepasst Von uns sind noch fünf übrig Fünf? Von, oh, ich weiß nicht Wie vielen Es ist also Vorbei Wir haben geredet Und es ist vorbei Wir werden niemanden mehr in den Tod schicken Also, dreh uns das Wasser ab Töte uns durch Gas Oder tu, wozu auch immer du programmiert bist Aber wir werden dir nicht länger zuhören Aha Und diese automatische Glückwunsch, Bürger von Vault-11 Sie haben sich entschieden, keinen der Ihren zu opfern Sie können erhobenen Haupters in dem Wissen weiterleben, dass ihr Engagement für menschliches Leben ein glänzendes Beispiel für uns alle ist Und um dieses stolze Gefühl zusätzlich zu versüßen, habe ich tolle Neuigkeiten für Sie Ungeachtet anderslautende Aussagen wird die Bevölkerung von Vault-11 nicht als Strafe für ihr Ungehorsam ausgelöscht Stattdessen wurde der Öffnungsmechanismus der Vault-Haupttüren aktiviert Sie können nun nach Lust und Laune kommen und gehen Aber nicht so schnell Fragen Sie vorher Ihren Aufseher, ob das Verlassen der Vault sicher ist Für Vault-Tech hat Ihre Sicherheit oberste Priorität Aha